Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild und heute hoffentlich, meint er hoffentlich das und Hallo, ich hab hier alles hingelegt Kein Verodra? Ich hab keine Ahnung Mal sehen, wie schlimm ist denn diese Prüfung nochmal? Mal sehen, wie schlimm ist denn diese Prüfung? Außerwetter des Schwertes, im Namen der Gehüller sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Deine Kraft reicht noch lange nicht aus, um dieses wahre Licht des Schwertes zu entfesseln. Überwinde alle Fehler dieser Städte in deinem Körper an erster Stelle. Dies ist ein Ort der Illusion, der gewöhnlichen Welt entdrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen. Wenn du... Will... Außerwetter des Masra Schwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfesse dein wahres Licht. Das ist ein Monsterlager... ... Die sind noch... Alles hier an! Ist das denn? Boah! Oh, ja, hier. Ah, schuld. Oh Gott. Hey, hier ist Bomben. Aua. Ja, die Tati ist nicht die Beste, aber... Ey, 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 ey. Haha, wenn du es wegreden willst, hast du nicht gehabt. Ach, du liebe Güte. Aus diesem Grund hasse ich diese... Bomben. Und ich habe sie wieder gezündet. Weil Taktik ist... ...anderseits interessant, andererseits auch einfach nur... ...schlecht. Ah, mir fehlt ein Horn. Und mein Feuer ist... ...meine Güte. Danke, Welt. Danke, dass... ...du mich ärgerst. Zum Abtrennen der Sachen wäre... ...das wäre sinnvoller. ...und dann bin ich wieder bei der Prüfung des Schwertes. ...und dann bin ich... ...und dann bin ich... ...und dann bin ich... Das ist nicht mein Tag. Dann einfach mal ein bisschen Hirn schlafen und letzte Chance. Und dann mal sehen. Nein. Danke. Dann hoffen wir mal, es klappt. Oh, ne? Oh, mein Gott. 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 Und jetzt schön mit der Axt Mein Schild Ich bin ja gar nichts hier, würde ich so machen Ich bin ja gar nichts hier Das war eine Katastrophe Schildschweiß kaputt Ich bin ja gar nichts hier Und hier ist aber nichts mehr. Okay, auch nichts. Oh. Hat der Glückwunsch nie jetzt. Ja. 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 Äh. Tolle Sache. Ja. 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 Begegen mich Los Auf mich zu sehen Du seist nicht zu aktivieren Autsch Ich könnte mich der denn treffen So Wir sind alle unten Hmm Heel 2 Bombe Na toll Ich könnte mich wenigstens habe ich hier noch einmal ein paar Oda musste er mich gerade anspringen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst einen Kommentar und Daumen hoch da und ein Abo wäre nett und tschau dann